ja kein Problem BK HL Ok ich hab 7 Abonnenten ich glaub dass niemand mein Stream schauen wird Covid Covid Ich bin's Alex wieder Kiege 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 Ziem Bih Kiege 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 Oh fuck, mein Controller ist runtergefallen. Oh, warte kurz. Oh, mein Controller. Okay. Ich bin grad am Streamen, ne, Blizzard. Baby, check to do 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 do. Okay, dieser Laser. Jalit, alle. Jalit! Ich bin wirklich am Streamen. Glaubst du mir das nicht? Du? Ah, gut. Sonst wär's böse auf dich. Nein, ich habe noch eine Warte. Bis zum nächsten Mal. Gut game. Junge, der redet ja nicht mal mit mir, Leute. Hallo, willst du auch mal mit mir reden, oder? Ja, Lied. Ja, Lied. Junge, ich gebe dir noch einen 190er. So ein Wix-Game. Stream seit 4 Minuten, Frank. Lied. 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 Ja. Du hoch mein Name. Ich kann die Widerreise. Na ja. Gigi Ist hier mein Tod nur ne Fenster? Ne Der hat mich vollgequatscht Aber ich war mir gut hoch Jaid Jaid Lass mal gleich wieder Sniper Modus spielen Jaid Jaid Wo kann man denn denn da sein? Kannst du mir also nur so So Ich muss keine Antwort auf den Lied Jaid Das ist wie schon Lennart Was? Nein? Kannst du Jaid? Ja Jaid Digga wer ist dieser Psycho Typ? Oder dieser Psycho Typ? Wer ist das? Ich bin hier Junge tanzt mich nicht aus du Hurensohn Das ist so ein Bastard alter Warum ist er uns beigetreten Junge? Jaid 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 Kann sich mal ganz schnell wieder verpissen Der Hurensohn Kennst du den? Ne Ja und jetzt ist er bestimmt neben dir zu Hause oder so Ich bin eigentlich wieder da Wow Ich bin hier äcklicher da Schau mal aufs alle Ich mach Sackbumpen Das macht Boom, Peng! Mal in Moment! Mit dir! Welnie! Euer ist nicht so schön! Sie bewegen! Ich bin! Ich bin! Aber ich bin! Ich habe es nicht wirklich geflogen. Ja, das ist auch so gut raus, das ging dann für mich das gut. Das ist ja nicht mal jeder, der Lego ist. hallo hallo blizzard hallo 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 нет а ведь в киеве в киеве Goalit ich hatte die Pumpern. Lass mal Duo-Sniper-Modus spielen. Okay. Ja, jeep. Jeep. Scheiße, was ist das? Was ist das hier? Ey, Freundin! Mach mal ready. Warte kurz. Steine aus dem Helikopter kennen. Mit Kamera. Da eine spielt drunter. Da alle. Da. 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 Ja, ich hab so Bock auf Döner. Oh nein, ich muss immer was gesundes essen. Da. Oh nein. Ich kann nicht nur heute Abend viel mal bestellen. Junge, was sind das für Störgeräusche? Da. 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 Ja. Da. Da. Ich kann mir mal Döner holen, Alter. Ich will doch auf 6 Döner. Genau, geht halt nur auf mich, Gegner, ne? Oh, jetzt kommt hinter mir noch 2 Leute. Oh, geil. Ich finde das Gamer wieder bockt. Ich weiß nicht, was ich da. Ich bin da. Ich will sie. Jongeeeeeeeeeeeeee! Hey, hey. Das ist cool. Hey, ey. Ich habe das einmal. ein 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 entweder die Kopfhörer genau wie dein Bruder es muss oder Ohne Ton. Mama, ich sage es dir zu selten. Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Du bist das Beste, was es gibt. Du bist das schönste Ton ohne Welt. Mama, ich liebe dich. Und ich bin froh, dass... Ach, Kopfhörer, Kopfhörer ist egal. Ich weiß, ich gehe nicht auf den richtigen Weg. Aber der Riemer muss auch Kopfhörer sein. Okay? Und trotzdem mir immer wieder zeigst, wo es lang geht, Mama. Egal, wenn ich mal den falschen Weg gegangen bin. Mama, du hast mich immer wieder auf den richtigen Weg gebracht. Egal, wie Scheiße ich gebaut habe, Mama. Du hast mich immer wieder auf diese Scheiße geholt, Mama. Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Ich bin froh, dass du auf den Welt. Was... um die entlang das ist nun klopfen das gilt Ist auch nicht toll. Schon lustig. Nee, das ist direkt eine goldene Heavy. Alles andere. Direkt geht jemand auf mich. Schon direkt gar keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Game. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ey, dieses Scheiß-Game, ne? Dieses Scheiß-Spiel. Junge, ich scheiß jede Runde rein. Von so einem Scheiß-Fake-Renegade wurde ich geklärt, digga. Ja. Geht's mir. Ich brauche Fischi Fischi's guttript Warten Das war dann, hab ich zum Robmannsführer gemacht Vielleicht haben wir jetzt andere Gegner Junge, was sind das für Störgeräusche? Junge, was läuft da im scheiß Hintergrund, ne? Ja, das war so Das war's für heute. Er ist auch Fischigang. Hallo Blizzards, hallo? Wie darfst du mal mitreden? Jaid! 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 Au! Warte kurz. Junge! Fuck! Goddamn! Nein! Team mit mir! Team mit mir! Bitte! Bitte! Ehrenloser Nosekin! Ehrenloser Nosekin! Ehrenloser Nosekin! Hilfe mir! Hilfe mir! Ehrenloser Nosekin! Let's go! Ich will sein Jagdgewehr! Ah! Nein! 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 Nein, Digga! Ich schwa, dieses Game ist nur Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schie, schie, ist einfach ein ... äh ... Maschinengewehr dran. So unten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell ich den Controller. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Davidsniveau. Ja. Mir ist die Beste. Wir sind nicht. Ich kann. Ich kann. Das wurscht. Komplett Deg. Das ist mein Schnapper. So oder Degläger von mir. Nein. spielst Ich hab's nicht sterben, du stirbst traurig. Ist so traurig, Junge, ich verlass gleich. Ich hab's nicht sterben, ich hab's nicht sterben. Gut, einer. Schnell abgeleitet. Safe. Rundfunk oh Was ist das? so okay so Ja. 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 Warum läst du das denn nicht? Oh Gott. Ach, geht ja auch so. Es kommen bleibt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde hier noch mit dabei sein. Ich werde hier noch mit dabei sein. Ich werde hier noch mit dabei sein. Das ist ein kleiner Papier, das ist ein kleiner Papier. Was ist das? 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 Hallo? 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 Was ist das? 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 Was? So kann man? Was ist das? Was ist das? Was? Was? ist das? Hallo? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ist das? ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? 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 naja, wenn der Mikrofon angeschlossen hat und ich nicht reden kann… …gelassen… 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 Coolsack Enemies Enemies Die Gegner Enemies Here Come There Super Knock Cool Finish Die Der muss mal reden Where is this mad kid? Can I have the mad kid? Thanks Wait, what? Wolverine. Fuck, Wolverine ist die anderen, ja. Ich schwör' ich hab' wohl... Ja. Oh, Wolverine, wo bist du? Wolverine? Hä? Ich schwör' ich hab' ja nicht zu tun. Ich schwör' ich hab' ja nicht zu tun. Wir wollen mal wieder. Ah, da ist Wolverine. Da ist Wolverine. Ich glaub' ich viel Leben hatte. Er packt sich natürlich überall durch. Ich muss mich kurz damit heilen, dann können wir das haben. Ich schwör' Leute. Er gesagt, so ohne Zuschauer. Ich schwör' dich also. 2 Enemies hier geil Hallo geil Hallo Hallo Ja Bist du Deutsch Nein Ich bin Ich komme aus Amerika Ich kann nur Englisch Okay Cool Was Hier wollen wir ins Krallen kannst du haben Nee Bruder ich will keine Superkraft Sorry Nimm die mal in die Hand damit hielt man sich Ah damit kann man sich hier Ja Du kriegst jetzt live dazu Ach so perfekt Okay komm Warum hast du die ganze Zeit nicht geredet Nein das war meine kleine Schwester die etwa gespielt Achso 20iger blue hit Ich bin grad am streamen Auf Youtube Und habe null zuschauer und sieben abonnenten krank oder Wie heißt du TGS Alex Weil ich habe den TGS klar Von links von links Jetzt Lass uns erstmal um den hier kümmern Nee Der andere geht auf mich die ganze Zeit Oh Bro Bei mir bei mir bitte 160er Einmal da Schön 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 Schönen Scheiße man Das ist gut glaube ich Nee der ist schlecht Digga da kann man aber von hinten Ich konnte nicht brauchen Ja moin Ich bin mir created gleich Können wir machen Also Er kommt von oben Pass auf Liebe Chris Noch zwei Gegner Noch zwei Gegner Ich edit Ich edit dich kurz Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Warte Warte Oh mein Gott Chilleurs Hier gitsch Hier gitsch Der für dich Jetzt schnell das geschieht At ein buch Ich schwör Vorlabiner der so Wie soll Es war dein Fehler Du dürft' ich spring ich darf jetzt nicht Pieten Digga Ich will nicht ich will nicht picken der ich glaube da hat uns leider der andere zwischen runterschichten runter geh runter versteckt ist und schießt ihn dann nicht so wieso ich habe so angst vor dem jetzt und jetzt schießt ihn runter der ist ganz unten so schnell wieder oben gott der hat der tierprofi einfach ich schwöre direkt ich gehe einfach pushen erliger als nur russloch war und hat auch noch nachdenken auch ob wir das war vielleicht ein sehr großer fehler der gott der gott der gott der gott ja soll kommen er soll kommen runter jetzt über ihre ich habe ein das ist absoluter es ist so einfach arian all in gegen die gar nicht so ein kämpfen wo hinter dir über die junge ich bin so dumm ich kann nicht auf hier aufgehen ich kann nicht auf hier auch gehen nach was da bin ich weiß deswegen ich kann nicht auf hier auf geht ich bin so was von gefickt die ganz gut auf praktisch die ganz und und schießt nicht mehr aus dem Kampf um verschließen er kommt ich bin so tot also ich habe noch genug märz auf jeden fall ich muss eigentlich runter angeln aber geht auch nicht mehr sogar erst so ein zweiter aber ich glaube es ist auch wenn man was auch so nennen jetzt schon mal ich muss ihn pushen gehen jetzt ich sterb sonst von der Saison ich werde ich werde sonst von der Saison geholt wenn ich ihn jetzt nicht pushen gehen er ist halt der größte Sweater auf Erden wieder ich gehe alles oder nichts ich bin so taktisch er hat mich so hops genommen er hat mich so er hat mir so die Ehre entwendet lad mich ein ja 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 hab ich mit Milch mit Milch er hat mir so die Ehre entwendet und diese Ehre absolut nach Afrika gespendet what the fuck alter wie lange streame ich eigentlich schon das würde ich jetzt gerne mal wissen die Ehre war schon 58 Minuten die geile Bawine oh mach ich mich die geile Bawine hier oben drin Er hat mich so hops genommen, ne? Ja, aber GG. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ja, das war der größte Sweater auf Erden. Hätte ich eh nichts gegen machen können. Ich komme an mein Feuerzeug und meine Zigarette liegt dort am Tisch. Wie alt bist du? 17. Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern? Ich wohne bei meinen Eltern, ich bin Ausländer, die lassen sich so schnell raus. Komm. Ich hab den auch, aber ich bin hier gerade nicht. Digga, du bist der OG-Player, ne? Ja. Scrimp. Ey, bist du behindert, Alter? Hab ich gesagt, ich will die jetzt anmachen. Ja. Äh, ja. Äh, zwei Ende. Ich hab eine Fortnite-Pause gemacht. Aber du musst wissen, ich bin hier eingestellt, ja. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Mhm. Ja, weil hier ist falsch dran. Ja, weil hier ist falsch dran. Ja. 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 Ich hab' das so einfach dran gemacht. Denk dran falsch dran, ne? Ja. Denk dran falsch dran, ne? Der, aber der von eben hat so gespielt, als wäre er nur Top-Digger. Ganz sicher. Gut. Sie. Oh, ich glaube. Oh, ich habe den Karten. Oh, ich gebe das. Ich habe den Karten. kann auf dem boden nein sein arbeiter vielleicht mal aufpassen Ich habe ihn ausgetauscht. Warte, holst du dir da mein Muni zu uns? Okay, das weiß ich nicht. Der erste ist die kleine, also die letzte Christa. Wow. Ich glaube, das muss sogar sein. Hm? Wow. War das halt fantastisch? Ja, und komm, wir haben das letzte Mal eine 3-er Beziehung, mit dem Jo. Der Junge nach Dänemhaus gezogen. Und, äh, sie haben mich gestritten, weil er gegangen ist. Und das ist nett. Dann holen wir irgendeine dunkle Decke und machen die auf Betze. Ich würde das nerven. Warte. Ja, mein Name ist die Luftwarte, ne? Ja. Wie geht's? Bro. Mach mal drauf. Ey, ich schwöre, kennst du, dass hinter dieses Fenster ist, dass du auf deinen, äh, aber das ist nicht. Er ist nichts. Ich habe gar nicht gemerkt. Gar nichts. Hm. Ich hab nur eine bei der Bähigkeit zu. Ich hab nur eine bei der Bähigkeit zu. Ich hab nur ein Bier gekunkelt. Wo willst du? Welli? Äh, Nordrhein-Westfalen. Ich hab nur einen Lorne. Ich hab nur eine Bähigkeit zu. das war so nervig eben noch deine schwester hat die ganze zeit tik tok geguckt was deine schwester bevor du geredet hast hat deine schwester die ganze zeit tik tok geguckt selbstmord tik tok was das tik tok tik tok micknock insta menschlich auch selber beim zocken ich guck das nur zwischen den runden manchmal aber doch nicht in den runden ich wollte gerade sagen denkst du könntest mich aufs nehmen die jahr gelassen ich habe eine frage hast du auch dieses auto-aimt ja habe ich an ja ich kann damit gar nicht viel schütze ohne auto ein ja mach mal an dann hast du viel besseres ja wie macht man das überhaupt an keine ahnung von mir war das von anfang an oder macht kopfhörer rein ich sitze ja immer ganz hinten im bus mit meiner freundin ich schwöre es dir die sitzen da wir machen ich mache einmal der ganze bus macht das gefühl der busfahrer hat uns zuletzt alle angeschrieben ich habe zurückgeschrieben ich habe gesagt er lasst uns doch unser spaß haben er so ja nee geht nicht und dann haben wir es wieder gemacht und dann geht nicht er dann waren auf jeden fall ich versuche dich zu auskommen macht das aus oma und opa waren geschwister ich habe eine spitze ok nicht mehr und ich wurde ja welche sense dann kommen wir ja ich habe sens auch junge junkel komm mal runter dann zeigt mir die spiel sagte die habe ich auch die habe ich auch wie heißt deine freunde was für gleich seine freunde wie alt ist deine freundin so ein jahr jünger als du ja cool du bist sieben jahre alt weiß ich habe ich dir gerade noch habe ich dir gerade den pickaxe gegeben ja ist ganz gut mit meiner bombastik titten aus plastik penis aus leder ficken kann noch jeder ich mache jetzt den heftigsten trickshot den du jemals gesehen hast okay guck mal ich mache jetzt den heftigsten trickshot den du jemals gesehen hast in meinem bench drehe ich ein paar runden mit der gang in meinem bench er macht ihr mal was und warte schimmer kunden macht ihr mal über playstation deine musik an warum und das nervt ich bin am streamen das stimmt aber was kann ich will die schnuss kommen kann man gegen ein schnauzkopf geschickt ja komm komm ich mache boom auto machen so aber wo bist du momentan leider merke ich dass du fällst ich bin da wenn du mich brauchst ich passe auf dich auf egal wie du fällst ich bin davon nicht auf die kugeln im lauf dieses scheiß lied vom tik tok ne ich habe so ein ohrwurm davon momentan leider mit stadt zu fällst ich bin da haben wir sagen wir haben wir noch clean was bist du diesen natten wenn man auch clean ich nehme keine drogen und ich saug auch nicht junger nach heilig meint sich so mit wichsen du bist auch nicht immer dabei was wie wir werden und direkt egal wie bin ich was ich check gar nichts mehr ich schwöre ich check gar nichts mehr ich mach gleich stream aus dann kannst du deine musik anmachen wie du willst also ich mache stream aus leute das war es mit dem stream ich hatte den ganzen stream über keine fucking zuschauern stream seit anderthalb